so also 2 3 0 ich muss wieder rein tappen 0 2 9 8 4 3 1 7 4 3 1 7 dann gucken wir mal die kennen wir noch nicht so dann gibt es eine neue xp haben wir gesehen gibt es auch das freut mich wohl gemerkt ich kenne sie auch nicht also also schon 100 mal gespielt okay ich wollte eher darauf hinaus wenn sie scheiße ist dann schnauze nicht mich an oder doch schnauze mich kann weil ich sie nicht gespielt hat also hast du sie schon hundert mal gespielt du gibst mir nur so eine maps süchen mapcode steht dann auch wieder unten als erstes in der video beschreibung wie immer standard bei mir und ich will die kisten öffnen ich starte direkt gibt es eine xp glitsch sagst du mir die mal gleich keine ahnung warum waffen go to vip room das ist ja doch keine einzige how to find secret on youtube secret 1 2 3 4 ok es gibt 4 secrets ich muss das einmal komplett zu haben warte 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 wir machen jetzt los 7 xp reicht aus das rediert sich das waren jetzt wie viel level 500 200 200 also war bei 1400 nur durch checkpoints spielzeiten und klettern ist deaktiviert ok da habe ich jetzt zweimal gemerkt ok aber das macht ja umso einfacher da sind die sprünge nicht so schwer bist du gerade zu einem schweizer käse geworden aber ich habe jetzt ja nur sprünge verköpft ich starte ohne ausnutzen ok also so frei möchte man dann schon sein ok hier ist keine falle drunter ach so sprüngeklettern ist ja aus irgendwie kommt mir bekannt vor die hat man schon mal ich habe sie noch nicht gezogen bin ich ganz ehrlich definitiv nicht ich glaube ich hatte die schon mal aber auch dass man nur sieben xp also das kennen wir noch nicht na bereich doch also man muss es ja nicht übertreiben und hier das meint ihr auch nicht ich meinte nur genau diese zahl von sieben hatte ich noch in kleiner map boah jetzt hast du sie ach klar geht's doch echt durch es kommt mir halt bekannt vor naja ich spiele sie trotzdem solange du sie noch nicht aufgenommen hast nöö ok nö warte jetzt lasse ich mich freiwillig sterben ich habe den checkpoint nicht bekommen ich will die xp haben ich habe mich wenigstens verabschiedet du wolltest ausgespiegst auch auch und auch 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 Ich muss echt wieder warten, bis die Fallen auslösen. Keiner hat was gesehen. Ja, das ist mir klar, dass hier was ist. Die von oben sind immer scheiße, die kannst du so schwer einschätzen. Secret! 6000 EP! Das ist aber schon Secret 2, wenn wir uns verpasst. Aber hier noch 13.000 haben wir gerade für die Ene Aufgabe gemacht. Ja. Neus, neus. Da haben wir echt ein Secret verpasst. Ja, es ist wie bei der Bunny Map bei mir tatsächlich. Da, hallo? Da war ja auch kein Secret zu finden. Und dann... Ja. Bei diesem Dinger bin ich echt vorsichtig. Nicht, dass sich da drunter was versteckt hat. Aber doch, die habe ich schon nochmal gespielt, tatsächlich. Bei diesem Slalom, das vergisst man nicht. Ja. 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 Da können wir mal schauen, ob da oben ein Secret ist. Ach nee, jetzt geht das wieder los. korps geschroft bist du bei dem eiszeug bin ich hängen geblieben ja einfach nach oben rennen bei der schrägen das geht nicht doch ich runter wenn du die ganze zeit wege drückt hältst rennst du hoch bis zu einem gewissen punkt und ab da musst du dann tatsächlich springen ok das ist nie so ich habe die falle noch gesehen ich hasse decken fallen ich kann mich einfach so schlecht einschätzen was ich nicht mag sind diese dachecken weißt nie ob da drunter noch ein falle versteckt ist das war knapp das stand jump aber nicht nach vorne oder irgendwo anders ich nur im xp sogar schon für jedes level ich gucke jetzt überall immer nach ob da ein secret versteckt mein kopf noch mein kopf bewegt sich einfach mit nach oben kennst du das wenn du was spielst und du musst um die ecke gucken dass sich dein kopf automatisch irgendwie so in die ecke dreht oder zur seite bewegt dass du denkst du kannst um die ecke gucken genau so geht es mir gerade das war kein secret 15.000 für spielzeit bekommen ich hab's level up und ich habe die aufgabe erledigt dreitägliche noch mal 15k und hier gibt es eine münze die bringt oder mal 4000 ich warte mal auf dich oder so weit weg ok weiter das habe ich damit jetzt nicht gemeint aber zu spät ne entschuldigung es musste sein war ja klar dass da eine falle ist meinst du unter den dingern ne an der seite ich springe zu eng um die ecke ach so ach so ach so ach so ach so ach so das ohne sprinten und schwer oder kann man nein schade ich dachte man kann wie eine andere map tricksen ich muss es einfach mal tun ich muss es einfach mal tun ich muss es einfach mal tun mit dem morgel weg manche leute oder was meinst du ja eben das mit dem morgel ding was meinst du das mit dem morgel der erste man schon kann ich hilfe ich muss respawnen Geht doch mal kaputt, Schuhe. Meine Schuhe gehen nicht kaputt. Deswegen bin ich respawned. Doch, jetzt sind sie kaputt. Ja, ich bin kaputt. Natürlich habe ich nicht das Ding. jetzt hätte ich so gerne klettern gehabt ich weiß was du meinst das bei den eisdingern dort dann nicht und wieder ich drück doch springen ja er springt nicht weit genug jetzt ja das meine ich ok 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 das geschafft du musst springen auf der mittleren plattform doch das tue ich doch ich spring doch immer wieder nicht weit genug er soll denn die anderen sein bitteschön wieder nicht weit genug man kann jeden scheiß geht mal aber das nicht bei so einer scheiße wo du mir tipps gibt springen wo ich immer springe da aber da musst du wirklich wenn du auf dem bounce pad bist springen man kommt direkt am rand an ich spring doch immer das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden was natürlich springe einfach springen ich habe nichts geändert das war knapp das war ja 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 jetzt bin ich über das nächste level gesprungen ja ja Nein, oh, schweigen da. Oh nein, hier ist das Lohnes. Und hier sind Bodenfallen. Ich bin tot. Ich habe mir ins Knie geschossen mit einer Boote. Das war einfach nur dämlich. Das auch. Alter, der Lohnes-Effekt ist scheiße hier. Boah, geschafft. Damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. Nicht so weit, nicht so weit, nicht so weit. Hallo? 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 Ich will da hin, genau. Hallo? Ui! Kleider Tipp, die Giftpfeile bringen einen um. Die vergiften dich nicht. Natürlich bringen die einen um. Es gibt Maps, da bist du einfach nur vergiftet. Ja, hier bist du auch nur vergiftet, aber wir haben nur einen einzigen HP-Punkt. Ich habe mehr. Ich habe 10.300.000. 5.000. Oh nein. Oh, krass. Warum ist hier so ein Bounce-Ding? Ich hinterfrag es nicht. Ach du Scheiße! Ähm Hier werde ich 50 Millionen Tode sterben Nein! 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 Ich hätte es hingekriegt! Wenn das... Bitte einmal erklären, welche Sprache das ist? Das, was im Chat steht Oh Gott, ich hatte gerade Kaffee im Mund, ich konnte nicht reden Oh, ich muss hier warten! Es geht nicht anders Hi! Ja, genau so ging es mir auch Und ich habe es geschafft Du musst halt irgendwann in die Richtung lenken, wo das Bounce Pad ist Da stand was im Weg Heilige Scheiße! Da steht noch ein bisschen mehr im Weg Da steht noch ein bisschen mehr im Weg Ach, ich krieg dir so einen Effekt Ich bin durch, ich habe gewonnen, ich will in den VIP-ROOM Jetzt werde ich jetzt ernsthaft so Bei der letzten Na ja So! Oh! Gratis XP! Oh! Den nehme ich gerne WIP-Reward 8400 EP Okay, das ist nice Das ist... Kann ich mich nicht beschweren Ja Siehst du da drinnen im Haus noch diesen riesen Gold-Patzen? Oh! Okay, dann konnte man den nur einmal machen, dann habe ich die EP bekommen Hier stand nämlich ein riesen Gold-Patzen und dann kriegst du noch mal EP Aber kommt erst mit 10 Minuten wieder Oh! 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 So! Na dann! Ich nehme jetzt noch ein schönes Brudel-Bard So! Wenn euch die MIP gefallen hat, hat das gerne einen Daumen nach oben Da lasst Kommentare da MIP-Code gibts Ähm Unter dem Video In der Videobeschreibung Und ansonsten Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video Bis dann bleib gespannt Gnächsten Tag und Bye Bye! Bye Bye!